Luka Kato bewegst. Ich arbeite bei einem externen Servizio. Es ist eine Aktivität, die mir viele Jahre mit unseren Klienten passen. Ich finde es schön, dass ein Unternehmen einem auch die Zeit gibt. Wir haben auch externe Schulungen, die angeboten werden. Meine Kollegen aus dem internen Servizio supporten mich während meiner Aktivität quotidien. Wir haben dort eine sehr gute Zusammenarbeit. Eine sehr familiäre, freundliche, offene Kultur. Die Work-Life-Balance, die freie Zeiteinteilung, die sehr schön ist, dass man dort selbst die Zeit gestalten kann. Da kann man sich nichts Schöneres vorstellen. Die Wingstraße des Ansπets formen, die hoffste nach Wahrheit. Die Wingstraße des Ansπets省ziękuję. Die Migraße des Ansates des Ansπets Duke. Die erste Option bei der Planung bloggen und OUR Vertyczung zu przekinnen.